Die zweite dieser göttlichen Verweilstätten ist Mitempfinden. Es entsteht da, wo wir die Mitwesen in einer Situation von Bedrängnis und Schmerz sehen. Ist jemand krank, in materieller oder seelischer Not, sieht man in diesem Fall eben nicht weg. Der Blick für die leidvolle Situation ist sogar geschärft. Sich den Opfern einer großen Katastrophe zuzuwenden, ist dann selbstverständlich. Doch genauso kommt es darauf an, die vielen kleinen Alltagssorgen und Belastungen um sich herum zu erkennen. Dabei meint der Ausdruck Karuna mehr, als nur für die beschwerten Lebensumstände anderer sensibler zu werden. Karuna besitzt auch eine deutlich aktive Seite. Wer Not mit diesen Augen sieht, will sie nach Möglichkeit lindern oder beseitigen. Wo Armut herrscht, ist für ihn konkrete, materielle Hilfe angesagt. Wenn jemand trauert, darf er auf Trost und Zuspruch hoffen. Mitempfinden sollten wir allerdings nicht mit Mitleid verwechseln. Es ist nicht zuallererst ein schmerzliches Gefühl, das dann nur aus einem schnell zwei Leidende werden lässt. Es ist der realistische Blick für die vorhandenen Unzulänglichkeiten und die Motivation, ihnen praktisch beizukommen. Buddha strahlte Güte und Mitgefühl aus. Durch sein eigenes Beispiel zeigte er, dass ein Geist, der vollkommen von Wohlwollen, Großzügigkeit und Anteilnahme gegenüber anderen durchdrungen ist, eine befreiende Kraft besitzt. Buddha lehrte, dass Anteilnahme gegenüber anderen Wut, Grausamkeit, Selbstsucht und Gleichgültigkeit entgegenwirkt. Und Achtsamkeit sowie innere Ruhe mit sich bringt. Mehr als bloßes Mitleid Mitgefühl wird gelegentlich dahingehend missverstanden, als sei es gleichbedeutend mit Mitleid. Tatsächlich ist Mitgefühl jedoch weit mehr. Es beinhaltet nicht nur ein Gefühl von Nähe, sondern auch Verantwortlichkeit. Wenn sie Mitgefühl entwickeln, verhilft ihnen dies zu innerer Stärke und Selbstbewusstsein. Gefühle von Angst und Unsicherheit hingegen nehmen ab. Die durch eine altruistische Haltung verkörperten Qualitäten von Mitgefühl und Liebe sind also von immenser Bedeutung für den Einzelnen, die Gesellschaft und die gesamte menschliche Gemeinschaft. Nichts steht dem Mitgefühl und der Liebe so sehr im Wege wie Wut und Hass. Mitgefühl entsteht aus einem klaren Verständnis von Karma. Das Prinzip des Karma geht von einer tiefgreifenden wechselseitigen Beziehung zwischen allen Wesen und allen Dingen aus. Wechselseitige Abhängigkeit bedeutet, dass das, was einen betrifft, alle betrifft. Das ist die Wahrheit, zu der alle Buddhas und Bodhisattvas erwacht sind. Die Unterscheidung, die wir zwischen uns und anderen treffen, zwischen Körper und Geist, zwischen Mensch und Natur, ist künstlich und nicht im Einklang mit der Wirklichkeit. In der Konsequenz bedeutet das, und zwar auf eine sehr konkrete Art und Weise, dass wir alles, was wir einem anderen zufügen, letztendlich uns selbst zufügen. Wahres Mitgefühl ist im Grunde genommen keine bloße emotionale Reaktion, sondern eine stabile, tiefe innere Verpflichtung, die auf Einsicht und Verstehen basiert. Deshalb ändert sich eine wirklich mitfühlende Haltung anderen gegenüber nicht, selbst wenn diese ein negatives Verhalten an den Tag legen. Natürlich ist es alles andere als einfach, diese Form von Mitgefühl zu entwickeln. Lassen Sie uns zu Beginn die folgenden Tatsachen vergegenwärtigen. Gleichgültig, ob Menschen schön und freundlich oder hässlich und Unruhestifter sind, letzten Endes sind sie menschliche Wesen, genau wie wir. Wie wir wünschen sie sich Glück und wollen nicht leiden. Überdies haben sie das gleiche Recht wie wir, ihr Leiden zu überwinden und glücklich zu sein. Dann, wenn wir beides anerkennen, den Wunsch aller Wesen nach Glück zu streben und ihr Recht, sich dafür einzusetzen, entsteht in uns automatisch ein Gefühl der Empathie und Nähe. Indem wir unseren Geist mit diesem Gefühl der allumfassenden Uneigennützigkeit vertraut machen, entwickeln wir ein Gefühl der Verantwortung für andere. Den Wunsch, anderen aktiv dabei zu helfen, ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Und dabei ist dieser Wunsch nicht selektiv. Er gilt allen in gleicher Weise. Natürlich, unsere Selbstbezogenheit. Unser für uns charakteristisches Festhalten an einem unabhängigen, eigenständig existierenden Ich sperrt sich grundsätzlich dagegen, Mitgefühl entstehen zu lassen. In der Tat lässt sich echtes Mitgefühl nur dann erfahren, wenn diese Form der Selbstfixierung beseitigt wird. Aber das heißt nicht, dass wir nicht jetzt damit beginnen und Fortschritte machen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017